Hallo ihr Lieben, also das ist jetzt einfach mal nur ein ganz kurzes Infovideo, weil jetzt über den Tag irgendwie ein paar Sachen passiert sind, die ich euch einfach mal kurz mitteilen muss, weil ich nicht weiß, wie ich es sonst am schnellsten alle erreiche. Heute Mittag haben ein paar Leute angefangen, meine Videos ganz böse zu kommentieren. Mit vielen Beleidigungen und Schimpfhörlern, da habe ich mir noch gedacht, ja, dann löscht du die Kommentare einfach und entfernst sie, weil mehr kann man ja dann eh nicht machen. Jetzt bin ich vom Stall nach Hause gekommen und habe gesehen, dass sich eine Person einen Fake-Account angelegt hat, der so heißt wie ich, mein Profilbild drin hat und unter meinen ganzen Videos auf eure Fragen antwortet und euch aufs Böseste beleidigt und mir fehlen gar die Worte. Also ich bin eben gar nicht mehr hinterher gekommen mit dem Durchlesen von den ganzen schlimmen Sachen. Also ich würde euch natürlich nie so beleidigen mit ganz schlimmen Schimpfwörtern und ich habe schon versucht, das Profil jetzt zu melden. Klar kann es dann sein, dass wieder ein neues Profil entsteht. Also wenn jetzt irgendwelche Leute euch beleidigen unter meinem Namen oder sich als mich ausgeben, dann bin ich nicht. Das wollte ich euch nur mal kurz sagen, weil das macht mich jetzt echt gerade schon ein bisschen fertig, weil ich weiß nicht, warum machen Leute sowas? Warum denken sich Leute sowas aus? Also ich weiß nicht. Fühlt euch jetzt bitte nicht beleidigt, auch die, die jetzt irgendwie schon böse Kommentare abbekommen haben. Dann haben die Leute schon geantwortet, was? Ich habe immer gedacht, du bist nett. Ja, ich würde euch nie beleidigen. Also sorry, falls jemand in meinem Namen irgendwas Böses geschrieben haben sollte. Das war ich nicht. Und ja, also das war es auch eigentlich schon. Ich wollte euch nur gerade mal schnell sagen, dass hier irgendjemand unterwegs ist, der sich als mich ausgibt und euch alle beleidigt. Und ich bin das nicht. Also ich wünsche euch noch einen schönen Abend und das war es auch eigentlich schon. Tschüss! 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 Tschüss!